Osus gegen Pardus. Pardus eröffnet mit einem explosiven Stich zum Bauch. Diese Sicker geht um ein Schild. Das hat Osus sehr gut spürt. Pardus ist übrigens links hinein. Es geht um Pardus. Los, Pardus! Komm schon! Pardus! 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 Hanf mit ihm! Du willst Katze! Osus sticht zum Hals. Pardus und Pardus sticht zurück. Doppeltreffer, kein Treffer. 1 zu 0 Pardus. Wird Pardus dieses Tempo retten? Pardus! Pardus! Osus marschiert vorwärts und Pardus schneidet vorwärts. Pardus! 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 Das war ein vollwertiger Gladiatorenkampf. Pardus! Pardus! Pardus!